Grüß Gott, meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 31. und gleichzeitig auch letzten Veranstaltung in unserer Online-Reihe Kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten des Kreiskulturforums Sigmaringen und von Partnern aus der christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen. Mitveranstalter heute ist zugleich die Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur. Die treuen Zuschauer unter Ihnen werden es wissen. Wir bieten mittlerweile seit sieben Monaten, also von Mitte November bis Mitte Juni, wöchentliche Beiträge, Vorträge, Lesungen, Gesprächsrunden, Meditationen, auch kleine Konzerte an, die in dieser krisenhaften Zeit Kultur als geistiges Lebensmittel sichtbar und erlebbar machen sollen und einen Beitrag leisten sollen zur Orientierung und vielleicht auch etwas Zuversicht zu spenden. Heute haben wir in das Programm einen weiteren Vortrag aufgenommen des Freiburger Medievisten, Landeshistorikers Prof. Dr. Thomas Zotz. Ich darf Ihnen kurz vorstellen. Er ist Jahrgang 1944 in Prag geboren. Nach einer kurzen oberschwäbischen Episode, einem kurzen Aufenthalt von wenigen Monaten in Pfullendorf ist er in Freiburg in Preisgau aufgewachsen. Er hat Geschichte, Latein, Geografie, Ur- und Frühgeschichte in Freiburg, Wien und Hamburg studiert. 1972 wurde er promoviert an der Universität Freiburg mit einer Arbeit über den Preisgau und das alemannische Herzogtum im 10. und frühen 11. Jahrhundert. Von 1973 bis 1989 war er wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen, ehe ihn dann 1989 der Ruf an seine alte Alma Mater in Freiburg ereilt hat. Er war dann bis zur Emeritierung 2010 Professor für mittelalterliche Geschichte mit dem Schwerpunkt mittelalterliche Landesgeschichte des deutschen Südwestens an der Universität Freiburg im Preisgau. Er gehört seit 1994 dem renommierten Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte an und hat diesen von 2007 bis 2013 als Vorsitzender geleitet. Wir hatten in Oberschwaben das Glück, ihn 2014 als Vorsitzenden für die Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur gewinnen zu können. Er hat dieses Amt sechs Jahre lang ausgeübt bis in den vergangenen Herbst und wir haben ihm in der oberschwäbischen Forschungs- und Geschichtslandschaft wichtige Forschungsimpulse zur bislang noch eher weniger erkundeten mittelalterlichen Geschichte Oberschwabens zu verdanken. Er hat federführend Tagungen und Tagungsbände betreut zu den Welfen und Staufern, ihren Oberschwaben im hohen Mittelalter und dem nördlichen Bodenseeraum in der karolingischen Zeit, also im Frühmittelalter. Das Frühmittelalter insgesamt wird auch jetzt der Zeitraum sein, dem er sich mit seinem heutigen Vortrag widmet. Es geht um das Thema Schwaben und Alemannen zu den Anfängen und frühen Zeugnissen eines Volkes. Der Vortrag schließt an, an den Beitrag der Kunsthistorikerin Dr. Hilga Müller-Schnepper, die sich vor einigen Wochen in unserer Online-Reihe mit dem Thema, warum die Badener keine Schwaben mehr sein wollen, befasst hat. Und es ging damals vorrangig um das mentale Auseinandertriften von Badener und Württembergern im 19. Jahrhundert, die sich durch die, ich sage das jetzt einfach mal so, Behauptung und Kontrastierung einer separaten alemannischen bzw. schwäbischen Identität voneinander abgrenzten. Heute geht es jetzt in die Geschichte weit zurück. Herr Zotz wird die gemeinsame Geschichte von Schwaben und Alemannen von den frühen römischen Zeugnissen über die Zeit der Oberhoheit der fränkischen Merowinger und Karolinger in den Blick nehmen und dann die Entwicklung der Suevia, Sive Alemannia im Hoch- und Spätmittelalter dann weiter verfolgen mit einem Ausblick in die frühe Neuzeit. Ich könnte mir vorstellen, nachdem der Vortrag von Frau Müller-Schnepper doch bei einer Vielzahl, wie man das neuerdings heißt, von Followern auf einen großen Anlang gestoßen ist, dass auch dieses Thema doch ein breites Publikum hier im Oberland interessieren könnte. Herr Zotz, ich würde Ihnen dann das Mikrofon überlassen. Vielen Dank, Herr Weber, für Ihre freundliche Einführung. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier in dieser Vortragsreihe Kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten meinen Vortrag halten kann. Und in diesem Rahmen hat ja, auch das ist eben schon angesprochen worden, am 10. März, Helga Müller-Schnepper über das Thema »Warum die Badener keine Schwaben mehr sein wollen« gesprochen. Heute lautet das Thema, das Sie angezeigt sehen, »Schwaben und Alemannen zu den Anfängen und frühen Zeugnissen eines Volkes«. Ich zeige als erstes eine kleine Übersicht über den Aufbau des Vortrags. Auch das ist schon kurz von Herrn Weber angesprochen worden. Ich fange in der römischen Zeit an, werde dann das frühe Mittelalter behandeln und danach dann im Hochmittelalter die Spaltung Schwabens des Herzogtums in Staufisches und Zähringisches gegenüber behandeln, das sehr wichtig ist auch für die Entwicklung des Schwabenbegriffs und der Schwabenbezeichnungen. Schließlich dann noch ein paar kürzere Bemerkungen zum Spätmittelalter und einen Ausblick in die Neuzeit. Noch mal zurück zu dem Vortrag von Frau Helga Müller-Schnepper. Damals ging es um die bekannten Animositäten zwischen Baden und Württemberg, dessen König Friedrich nach der napoleonischen Neuordnung des deutschen Südwestens 1806 mit Königreich Württemberg und Großherzogtum Baden den Begriff Schwaben für Württemberg reklamierte und sich in seiner Titulatur zusätzlich souveräner Herzog in Schwaben und von Teck nannte. Parallel hierzu fügte Großherzog Karl Friedrich von Baden seinem Titel den Titel Herzog von Zeringen hinzu. Und seine Badener Untertanen verstanden sich damals als Alemannen. Es war die Zeit, als der im Dreiländereck um Basel aufgewachsene Dichter Johann Peter Hebel mit seinen alemannischen Gedichten literarische Hilfestellung leistete. Die polarisierende Vorstellung, zwei Staaten, zwei Völker, trieb manche Blüten wie die Rede von der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, wie sie einerseits im württembergischen Rottweil, andererseits im badischen Villingen oder Elsach gefeiert wird. Doch handelt es sich bei Schwaben und Alemannen um zwei Namen, ein und desselben Volkes, wie bereits der Altmeister der südwestdeutschen Landesgeschichte, der Donner-Eschinger-Archivar Franz Ludwig Baumann, vor rund 150 Jahren herausgestellt hat. Heute soll uns die frühe Geschichte von Schwaben bzw. Alemannen und die durchaus besondere Zweinamigkeit dieses Volkes näher beschäftigen. Besonders ist sie allein schon deswegen, weil bei anderen Völkern oder wie man früher sagte Stämmen des frühen Mittelalters, aus denen sich allmählich das deutsche Volk und die deutschen Lande gebildet haben, also den Franken, den Sachsen und Bayern, es sonst so gut wie kein solches Nebeneinander zweier Namen für Land und Leute gab, wie im Fall von Schwaben und Alemannen. Lediglich das Land Bayern wurde mit Blick auf die allerdings nur dessen Ostteil berührende römische Provinz Noricum mitunter als Norica und seine Bewohner als Norici bezeichnet, aber ganz selten. Wie ist es nun zur ausgeprägten Zweinamigkeit von Schwaben und Alemannen gekommen? Welche Bedeutung wohnte ihr inne und bis wann? Erstens Vorgeschichte in römischer Zeit Suebi und Alemanni. Beginnen wir mit den Schwaben, deren ursprüngliche Namensform Sueben erstmals bei Cäsar als Bezeichnung für ein germanisches Volk östlich des Rheins begegnet. Im ersten nachchristlichen Jahrhundert lassen sich dann die Suebi-Nikrensees, die Neckar-Sweben, mit ihrem Hauptort Ladenburg fassen. Vor einigen Jahren gelang in Bühl in Baden der spektakuläre Fund des Fragments eines Grabmals, dessen Inschrift von einem nicht identifizierbaren Prinzeps Sueborum Kunde gibt. Die darüber berichtende Badische Zeitung aus Freiburg beeilte sich festzuhalten, dass dies kein Beweis für eine 2000-jährige Vorherrschaft von Schwaben in Baden sei. Sie sehen hier den Bühler-Stein mit einer nur fragmentarisch noch erhaltenen Inschrift, an der aber in der zweiten Zeile die Buchstaben von Prinzeps Sueborum noch identifiziert werden konnten. Ein längst bekanntes, wichtiges Zeugnis aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts stellt die sogenannte Tabula Poitingeriana dar. Eine römische Straßenkarte, die überlebte, insofern weil sie im früheren Mittelalter in einem südwestdeutschen Kloster, vermutlich der Reichenau, kopiert wurde, später noch einmal im 12. und 13. Jahrhundert und diese Kopie gelangte um 1500, also in der Humanistenzeit, in den Besitz des Augsburger Humanisten Konrad Poitinger und heute wird sie in der österreichischen Nationalbibliothek zu Wien verwahrt. Auf dem gezeigten Ausschnitt, den Sie vor sich sehen, der insgesamt 680 x 34 cm großen Kartenrolle, sehen Sie den Oberrhein eingezeichnet, mit den Städten Augusta Rauricorum und, das ist Kaiser Augst, und Argentorate Straßburg, ferner den Schwarzwald mit den schönen Bäumchen, genannt Silva Marciana, ein ganz eigener Name für den Schwarzwald, der sonst nicht begegnet, und östlich davon sehen Sie eingetragen die Alemania und hier auf der anderen Seite, nördlich davon, Suevia. Ich zeige Ihnen nun noch eine weitere Karte oder Ausgabe dieser Karte, in der man die Namen Alemania und Suevia besser erkennen kann, als auf der Originalwiedergabe. Damit geraten neben den Sueben, das Suevia der Karte bezieht sich offensichtlich auf die Neckarschwaben, die Alemannen in den Blick. Dieses germanische Volk ist namentlich erstmals gegen Ende des dritten Jahrhunderts in römischen Quellen greifbar, in einer Lobrede auf Kaiser Mamertinus. Dieser habe die Alemannen wie andere Barbarikee Nationes erfolgreich abgewehrt, die aus der Germania Magna, dem freien Germanien, den Odenwald Neckar Limes durchbrochen hatten. Im vierten Jahrhundert blieben die Alemannen permanent eine Bedrohung für das Imperium Romanum, doch wurden immer wieder auch Verträge zwischen beiden Seiten geschlossen und manchen Alemannen gelang sogar eine Karriere im römischen Militärdienst. Auch alemannische Hilfstruppen, wie die dem römischen Castell Breisach am Rhein zugeordneten Brisigavi, Senores und Juniores, sind um 400 belegt. Das von den Alemannen besetzte rechtsrheinische Gebiet nannten die Römer, die wir gesehen haben, auf der Karte Alamania. Eine Bezeichnung, die ebenso wie die auf der Tabula Poitingeriana kennengelernte Suevia uns im frühen Mittelalter wieder begegnen wird. Zunächst ist aber wichtig festzuhalten, dass ein anderes Volk, ein germanisches Volk, die Franken, seit dem späten vierten Jahrhundert zu einem Gegenspieler der Alemannen wurde. Die in das nördliche Gallien eingedrungenen Franken erhielten nun ihrerseits eine vertraglich gesicherte Position im Imperium Romanum und wichtige Posten in der militärischen und zivilen Verwaltung. Sie sehen hier auf der Karte das Siedlungsgebiet der Alemannia vom Hochrhein vom Bodensee nach Norden bis in die Gegend von Mainz. Auf der linksrheinischen Seite die römische Provinz Germania. Sie sehen Rezia Secunda auf der rechten Seite mit dem Hauptort Augsburg, Augusta Vindelicorum und unten die Maxima Seguanorum, eine weitere römische Provinz, die dann in den burgundischen Raum und ohne Raum hinein gereicht hat. Hier zeige ich Ihnen nun das, was am Ende des fünften Jahrhunderts passierte, nämlich den Zusammenstoß von Franken und Alemannen am Ende des fünften Jahrhunderts. Sie sehen auf der westlichen Seite der Karte das Gebiet der Belgika Secunda, das Herrschaftsgebiet Klotwigs des ersten Merovingerkönigs und der rote Pfeil, der nach oben, nach Norden zeigt, markiert den vermutlichen Platz der Schlacht bei vermutlich Zülpich Ende des fünften Jahrhunderts. Diese Schlacht endete mit einer entscheidenden totalen Niederlage der Alemannen gegen die Franken. Damit, mit dieser totalen Niederlage, begann eine neue Phase der Geschichte der Alemannen, die wir weiter verfolgen werden. Zuvor ist es aber noch an der Zeit zu fragen, was sich über die Sueben in der Spätantike sagen lässt, die andere, das andere Volk, das wir kennengelernt haben. Mit diesem Namen, der uns wie alle schriftlichen Informationen in jener Zeit von römischer Seite überliefert ist, wird damals, anders als zur Zeit Cäsars, also im vierten, fünften Jahrhundert, ein Verbund germanischer Volksgruppen wie der Semnonen, der Markomannen und Quaden bezeichnet. Letztere lassen sich im fünften Jahrhundert an der mittleren Donau bis nach Pannonien nachweisen. Sie heißen in der Forschung Donau-Sweben. Diese erlitten damals im fünften Jahrhundert eine Niederlage gegen die Ostgoten und zogen daraufhin ins freie Germanien, wo sie sich mit den Alemannen verbanden. Die Forschung spricht daher von der zweiten Genese, ethnogenese Volkswerdung der Alemannen. Und hier hat man nun den Ursprung für die Doppelnamigkeit von Schwaben und Alemannen zu sehen. Zwei Namen, die für ein und dasselbe Volk, das sich miteinander verbunden hat, verschmolzen ist, benutzt wurden. Der oströmische Geschichtsschreiber Jordanes des sechsten Jahrhunderts machte in seiner Weltgeschichte für die Zeit des fünften Jahrhunderts eine interessante Angabe zum Siedelraum der Schwaben und Alemannen. Die Regio Suavorum habe damals im Osten die Bayern, im Süden die Burgunder, im Norden die Thüringer als Nachbarn gehabt. Mit den Suavi seien die Alemannen verbunden gewesen, welche die Alpen beherrschten, von wo mehrere Flüsse in die Donau fließen. Also ein Siedelraum, der uns hier natürlich südlich der Donau und damit im oberschwäbischen Raum bestens vertraut ist. Erscheinen hier, jedenfalls für das fünfte Jahrhundert, die beiden Völker schon verbunden, aber noch nebeneinander siedelnd, so verschmolzen laut späteren Zeugnissen beide zu einer Einheit. Gegen Ende des sechsten Jahrhunderts war dies dem Geschichtsschreiber Gregor von Thur so selbstverständlich, dass er mit Blick auf die im fünften Jahrhundert auf die iberische Halbinsel ziehenden Sueben von Suebi it est alamani sprach, obwohl die Alemannen damals gar nichts damit zu tun hatten. Aber für ihn waren eben Sueben und Alemannen sozusagen ein und dasselbe geworden. Und der um 700 schreibende Geograf von Ravenna steckte die Patria alemannorum quae et suevorum ab. Also die Heimat der Alemannen, die auch die Heimat der Sueben ist. Das sind deutliche Aussagen zur mittlerweile erfolgten Verschmelzung dieses Volkes, Identität, wobei die zwei Namen, wie wir wissen, ja weiterhin nebeneinander bestanden und bestehen. Ein Wort noch zu den beiden heute landläufigen Volksnamen. In der Forschung wurden bzw. werden sie unterschiedlich gedeutet. Einfacher liegen die Dinge bei den Sueben, Schwaben. Ihr Name wird auf das erschlossene germanische Adjektiv Svesa, Althochdeutsch Svas, eigen, vertraut, lieb, zurückgeführt, sodass sich in dieser Bezeichnung das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe zum Ausdruck bringen würde. Eine solche programmatische Bedeutung eignete wohl auch dem Namen Alemannen. Es gibt jedenfalls aus der Spätantike zwar den Erklärungsversuch, dass die Alemannen, Zitat, zusammengespülte und vermengte Menschen seien, wie dies ihr Name ausdrücke, doch wäre dies eigentlich keine überzeugende Selbstbezeichnung für dieses Volk. Daher neige ich der These des Namenkundlers Wolfgang Haubrichs zu, der Alemannen im Sinne von ganze Kerle deutet. Dies würde im Übrigen der unstrittigen Deutung des Namens der Franken, also der Gegenspieler der Alemannen, der Franken als die Freien, die Kühnen entsprechen. Haben wir ja heute noch in Frank und Frei. Zweitens, Schwaben und Alemannen unter der Oberhoheit der Merovinger und Karolinger. Ich zeige Ihnen hier eine Karte des Merovingerreichs. Sie sehen ziemlich auf der rechten Seite eingetragen Alemannien. Sie sehen Neustrien und Austrasien als die zwei großen Teile des eigentlichen engeren Frankenreichs. Sie sehen Burgund nach Süden anschließend und eben östlich Alemannien, hier auch noch über den Rhein nach Westen reichend. Die genaue Kartografie lasse ich mal dahingestellt. Aber sie haben damit einen Eindruck, wie hier Alemannien oder die Alemannen im Merovingerreich platziert waren. Damit sind wir nun bei der Geschichte der Schwaben-Alemannen unter der Herrschaft der fränkischen Könige, zunächst der Merovinger und ab der Mitte des 8. Jahrhunderts der Karolinger angelangt. Nur mit wenigen Strichen will ich diese Geschichte skizzieren, die, wie erwähnt, mit der Niederlage der Alemannen gegen den ersten Merovinger König Klodwig kurz vor 500 begann. Nach dem Zwischenspiel einer ostgotischen Schutzherrschaft über die südlichen Teile der Alemannen geriet dieses Volk ab 537 insgesamt und dauerhaft unter die politische Hoheit der Merovingerischen Könige, die hier Duzes, Herzöge, aus dem Volk einsetzten, vor allem um die militärischen Verpflichtungen der Alemannen gegenüber der königlichen Zentralgewalt zu organisieren. Der byzantinische Schriftsteller Agathias gab im 6. Jahrhundert eine interessante Schilderung dieser Alemannen, die mit den Frankenkönigen als Verbündeten der Ostgoten gegen die Römer in Italien zufällig gezogen sind. Also hier Beispiel für eine solche Heeresverpflichtung der Alemannen gegenüber den Franken. Es heißt bei Agathias, die Alemannen pflegten ihre von den Vätern überkommenen Sitten und Bräuche, aber in Sachen Herrschaft und Ämterwesen richteten sie sich nach der politischen Ordnung der Franken. Sie verehrten Bäume und Flüsse als Götter, aber der Kontakt mit den Franken wirke sich günstig aus, so der Christ Agathias, sodass sich dort bald wohl die christliche Religion durchsetzen werde. Nun, in der Tat, das dauerte auch nicht so lange. Schon zu Beginn des 7. Jahrhunderts konnte König Dagobert das Bistum Konstanz einrichten, dessen Grenzen sich in etwa mit dem Siedelraum der Alemannen decken. Zur selben Zeit wurde der Pactus Legis Allemanorum aufgezeichnet, das Volksrecht der Alemannen. Glaubensboten wie der ihre Kolumban und wenig später der als dessen Begleiter geltende Gallus, später als Apostel der Alemannen verehrt, trugen zur Verbreitung der christlichen Botschaft bei. Auf den heiligen Gallus werden wir im Zusammenhang mit der Schwaben-Alemannen-Frage noch zurückkommen. Wenn man die schriftlichen Zeugnisse der Merovinger Zeit, Pactus Legis Allemanorum, eine Fredegar-Chronik, die heiligen Wieten der Zeit mustert, so fällt auf, dass stets von Alemannen jedoch nicht von Sueben Schwaben die Rede ist. Dabei ist durchaus davon auszugehen, dass der Schwaben-Name auch weiterhin in Gebrauch war, denn er kommt später in Quellen der frühen Karolinger Zeit, also ab der Mitte des 8. Jahrhunderts vor. Aus diesen Quellen erfahren wir, dass der karolingische Hausmeier Pippin der Mittlere als Amtsträger der Merovingischen Könige ab 709 mehrfach gegen die Suavi zu Felde gezogen ist, also gegen die Schwaben. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig, denn in diesem Jahr, 709, war der Dux Gottfried gestorben, der in Alemannen eine eigenständige Herrschaft ausgeübt und sich damit von den Merovingern losgesagt hatte. Einer seiner Herrschaftsmittelpunkte war übrigens Cannstatt, wo er eine Lichterstiftung für das Grab des heiligen Gallus verfügte. Wenig später entstand hier am Grab dieses heiligen das berühmte Kloster St. Gallen und einige Jahre danach, 724, das ebenso berühmte Kloster Reichenau, 724, in drei Jahren wird es ein großes Jubiläum geben, 1300 Jahre Reichenau. Damit waren rund um den Bodensee die zwei wichtigsten religiösen Zentren der Alemannenschwaben ins Leben gerufen. Wir werden darauf auch noch zurückkommen. Gegen die Söhne des Dux Gottfried ging, wie schon gesagt, Pippin der Mittlere und dann auch sein wesentlich bekannterer Sohn Karl Martell militärisch vor, um die Alemannen wieder unter fränkische Oberhoheit zu zwingen. Dies gelang in den 730er Jahren und so konnte Karl Martell, mittlerweile de facto Herrscher im Fränkischen Reich, sich bei der Teilung dieses Reiches im Jahre 740 leisten, dieses Reich unter seine Söhne zu verteilen, auszugeben. Der älteste, der erstgeborene Karlmann erhielt unter anderem, wie uns berichtet wird, die Suavia Que Nunc Alemannia Dicitur, Schwaben, das jetzt Alemannien heißt. Überliefert ist dies in der Fortsetzung der vorhin erwähnten Fredegar Chronik, die nach Mitte des 8. Jahrhunderts von einem Angehörigen der karolingischen Familie verfasst wurde. Damals waren die Alemannen Schwaben nach dem Gerichtstag von Cannstatt 746 endgültig den Karolingern unterworfen und diese vermochten ihrerseits 751 die Merowinger in der Königsherrschaft ablösen. Ein Wort vielleicht zwischenrein. Cannstatt war Sitz des Herzogs Gottfried, wie ich erwähnt habe. Cannstatt ist auch dann Platz dieses Gerichtstages gewesen im Jahr 746, als die Alemannen ihre Unabhängigkeit endgültig verloren haben. Bestimmte Orte werden immer wieder zu bestimmten Funktionen herangezogen. Für die frühe Geschichte der Schwaben und Alemannen ist dieses Schriftzeugnis aus mehreren Gründen bedeutsam. Zum einen begegnet hier nach langer Zeit wieder der aus römischer Zeit bekannte Gebietsname Alemannia, den zuletzt noch im 6. Jahrhundert, also lange Zeit zurückliegend, ganz vereinzelt Schriftsteller benutzt haben, wohl in römischer Tradition. Nun, um die Mitte des 8. Jahrhunderts, zu Beginn der Karolinger Zeit, erhielt der Raum wieder diesen Namen, nachdem er zuvor, so lesen wir, Suavia, also Schwaben, geheißen hatte. Soweit die Aussage dieser Chronik. Sie ist insofern merkwürdig, als die Suavia zuvor genauso wenig belegt ist in den schriftlichen Quellen wie die Alemannia. Sieht man einmal von der Suavia auf der lange, ja, zurückliegenden Tabula Poitingeriana ab. Stets war im frühen Mittelalter, in der Merowinger Zeit, von den Personengruppen Alemanni und Suavi die Rede. Nicht von einem nach ihnen benannten Gebiet. Wie ist dieser begriffliche Wandel, um die Mitte des 8. Jahrhunderts zu verstehen? Und weshalb überhaupt diese Umbenennung? Es scheint so, als sollte damals die neu gewonnene Hoheit der Karolinger über die Alemannen mit dem aus der Antike stammenden Gebietsnamen zum Ausdruck gebracht werden. Nicht orientiert an der offenbar bis dahin auch gebräuchlichen Namensvariante Suevi, sondern an dem Namen, den dieses Volk seit der Spätantike trug, als es unter römischer Kontrolle in der Alemannia siedelte. Das klingt vielleicht etwas theoretisch und spekulativ, wird aber durch Beobachtungen aus der weiteren Geschichte dieses Volkes gestützt. Es zeigt sich nämlich, dass die ganze Karolinger Zeit hindurch, also bis in das frühe 10. Jahrhundert hinein, in Zeugnissen der politischen, der offiziellen Sprache, wie den Urkunden der Herrscher, stets von Alemannia oder von Ducatus Alemannicus die Rede ist. Daneben sind aber auch die Namen Suevi und Suevia durchaus geläufig, aber als Bezeichnung für die Leute, die aus diesem Volk oder aus diesem Land stammten. Die Suevigenä, die Schwabenstämmigen, wie man in den Quellen lesen kann. Es soll hier ein einziges anschauliches Beispiel für dieses Gegenüber von Alemannen und Schwaben ausreichen. Von Hildegard, der Gemahlin Karls des Großen, heißt es in der Vita seines Sohnes Ludwigs des Frommen, sie sei eine Puella nobilissimi generis suavorum, ein Mädchen aus einem hoch edlen Geschlecht der Schwaben gewesen und weiter habe zur Verwandtschaft Gottfrieds des Dux Allermanorum gehört. Wir sehen, für die Volkszugehörigkeit benutzte der Autor den Schwaben-Namen für die politische Perspektive den Alemannen-Namen. Und noch ein Blick in die deutschsprachige Überlieferung. Sehr spärlich, immerhin manches ist erhalten. Ottfried von Weißenburg, der Verfasser des berühmten Evangelienbuchs in den 860er Jahren, sprach in seiner Widmung an Bischof Salomon I. von Konstanz vom Suaborichi, vom Schwabenreich. Damit sind wir bei den volkssprachigen Zeugnissen. Hier kommt ausschließlich der Schwaben-Name vor. Es gibt keine deutsche Entsprechung für Alemannus. Im Mittelalter, versteht sich. Ich rede nicht von den heutigen Alemannen. Swab war das althochdeutsche Wort für den Angehörigen dieses Volkes. In zahlreichen Ortsnamen, wie Schwabhausen oder Schwabbach, greifbar. Und auch Personennamen, etwa Swabulf oder Swabke oder das noch heute übliche Schwab-Schwabe, waren danach gebildet. Hierzu passt nun ein einzigartiges Zeugnis der Reflexion über die Doppelnamigkeit der Schwaben und Alemannen, aus der Feder des Reichenauer-Gelehrten Wallafried Strabo, geschrieben, um 833, 34. Im Prolog zu der von ihm überarbeiteten Vita Sanktigalli äußerte sich über das Land, das wir Alemannen oder Schwaben bewohnen. Weil die mit den Alemannen vermischten Schwaben in Teilen Germaniens, Rätschens und Galliens wohnen, soll ihre Patria, ihre Heimat, ihr Vaterland, den Namen von den Bewohnern erhalten und deshalb Alemannia, Well, Suevia heißen. Es gebe also zwei Namen, sagt Wallafried, die ein Volk bezeichnen. Und dann differenziert er. Mit dem ersten Alemannia benennen uns die umliegenden Völker, die Latein sprechen, also Romanen. Mit dem zweiten bezeichnen uns die Völker barbarischer Zunge. Damit meinte Wallafried sicher auch sein eigenes Volk. Jetzt aber einige Beispiele zur Illustration. Hier sehen Sie die Karte des Karolinger Reiches. Es ist das Reich Karls des Großen, aber ich habe eine Karte aus einer späteren Phase ausgesucht, vom Vertrag von Verdun 843. Und Sie sehen jetzt das dreigeteilte, große karolingische Imperium. In hellblau dann im Osten das Gebiet des östlichen Franken, Ostfranken mit den Sachsen im Norden, den Franken in der Mitte, den Bayern im Südosten und den Allermannen im südwestlichen Teil. Es ist nebenbei bemerkt, wir kommen nachher gleich dazu, die Ausdehnung des nachkarolingischen Ostfränkisch-Deutschen Reiches des 10. Jahrhunderts. So viel als Karte zu der Karolinger Zeit. Und hier sehen Sie ein sehr, sehr schönes Gemälde aus dem Jahr 1624, einem Jubiläumsjahr, auch der Reichenau. Und dargestellt ist die Ankunft Pyramins des Glaubensboten auf der Insel Reichenau, die von Schlangen bis dahin nach der Legende bewohnt war. Und die Schlangen sehen Sie vorne im See fliehen vor dem Heiligen, der hier auf seinem Boot ankommt. Und Sie sehen die Klosteranlage dieses berühmten Klosters. Das nächste Bild zeigt das erste Blatt der Überarbeitung der Vita Sanktigalli durch Wallerfried Strabo in einem wunderbaren Initiale und mit wunderbarer Capitalis-Schrift hier geschrieben, als kleine Kostprobe für dieses Werk, aus dem eben die gerade zitierte, wichtige Reflexion des Autors über Alemannen und Schwaben stammt. Wir verlassen die Karolinger Zeit und gehen über in die Zeit des Hochmittelalters, Schwaben im Hochmittelalter. Ich habe das benannt von der Einheit zum Staufisch-Zeringischen gegenüber. Wallerfrieds Namensdiskurs spiegelt also, was wir in den Schriftzeugnissen der Karolinger Zeit beobachten können. Wie ging es nun in späterer Zeit mit der lateinischen Bezeichnung für Volk und Land weiter? Den volkssprachigen Namen Schwaben können wir hier beiseite lassen, denn wie gesagt, es gibt überhaupt keine volkssprachige Form von Alemannen in dieser Zeit. Es ist interessant zu sehen, dass im Laufe des 10. und 11. Jahrhunderts, also in der Otonen- und Salierzeit, der Name Svevi den anderen Namen Alemanni auf der Ebene der politischen Sprache in den Hintergrund drängte. Anders als in der Karolinger Zeit, wo Alemannen, Alemannia reserviert war für die politische Seite. Und das lässt sich nirgends deutlicher zeigen, als am Titel der Herzöge, die seit dem frühen 10. Jahrhundert an der Spitze dieses Volkes standen. Es bildete dieses Herzog, dieses Volk, wie erwähnt, mit Bayern, Franken und Sachsen, später auch noch den Lothringern, das Ostfränkisch-Deutsche Reich. Hier eine Karte dieses Reiches. Deutschland heißt es hier unter den Otonen und Sie können es selber auch gut erkennen durch die farbliche Unterscheidung. Es ist von Schwaben, dem Gebiet die Rede, von Bayern, von Franken und im Norden von Sachsen. Also hier hat Alemannien, oder Schwaben richtiger gesagt, seinen Platz auch in diesem Reich des hohen Mittelalters gefunden. Der Wandel, von dem ich eben sprach, vollzog sich in doppelter Weise. Ab der Mitte des 10. Jahrhunderts ist in den Quellen nämlich zunehmend vom Dux Suivorum die Rede. Der Dux Allamanorum tritt in den Hintergrund. Es kam damals dann der gebietsbezogene, nicht mehr personengruppenbezogene Titel Dux Allamanie erstmal auf, der sich seinerseits dann ab der Mitte des 11. Jahrhunderts zum Dux Suivie, zum Herzog von Schwaben, veränderte eine Bezeichnung, die fortan ausschließlich benutzt wurde in der Stauferzeit bis zum Ende des Herzogtums Schwaben in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Wie ist das zu deuten? Wenn der volkssprachige Name nun auch in der lateinischen Schriftsprache zur Geltung kam und den seit Beginn der Karolinger Zeit offiziell benutzten Namen Alamanni, Alamannia ablöste, so wird man hierin wohl einen Ausdruck gesteigerten Selbstbewusstseins dieses Volkes sehen. Und dieses Selbstbewusstsein wurzelte nicht zuletzt in dessen Vorstreitrecht im Reichsaufgebot, das ihm nach der Tradition von keinem Geringeren als Karl dem Großen zugestanden worden war. Es war ein großer Stolz der Schwaben, beim Reichsheer immer in der vordersten Reihe zu kämpfen. Vielleicht nicht in allen Fällen das, was man sich wünscht, aber die Schwaben waren darauf stolz. Gleichwohl ist damit die frühe Geschichte von Schwaben und Allemannen noch nicht zu Ende. Zumindest mit Blick auf die Raumnamen Suevia und Allemannia. Fluchtpunkt ist hier das schon erwähnte Herzogtum Schwaben, welches im späten 11. Jahrhundert in den Strudel der politischen Auseinandersetzungen des Investiturstreits geriet. Hier eine Karte dieses Herzogtums Schwaben in seiner noch vollständigen Gestalt und Ausdehnung. Sie sehen den Bodensee gewissermaßen als Mittelpunkt dieses Herzogtums, was wir uns heutzutage vielleicht nicht so vergegenwärtigen. Es reichte unter Einschluss von Kurrätschen eben sehr weit in den Alpenraum hinein. Und insofern ist der Bodenseeraum mit Konstanz Reichenau-Sankt-Gallen gewissermaßen das Herzstück Schwabens gewesen. In Schwaben gab es nämlich, und das ist nun die Zeit des Konfliktes, von 1079 bis ca. 1102 Herzöge von Schwaben. Einerseits den Staufer Friedrich I. als Anhänger König Heinrichs IV., andererseits einen Vertreter der gegnerischen reformpäpstlichen Seite und zuletzt war das für ein Jahrzehnt der spätere Zeringer Berthold II. Als um 1100 ein staufisch-zeringischer Ausgleich gefunden wurde und die Spaltung des Herzogtums Schwaben überwunden werden konnte, behielt Friedrich das Herzogtum Schwaben, wohingegen Berthold den Herzogstitel weiterführte und nun mit der Burg Zehringen im nördlichen Breisgau verknüpfte. Außerdem erhielt Berthold von Kaiser Heinrich IV. die Oberhoheit über Zürich, das Nobilissimum Suevie Opidum, das die edelste Stadt Schwabens, wie der Geschichtsschreiber Otto von Freising schreibt, der dann an einer anderen Stelle seines Werkes übrigens von Zürich als Alemannie Opidum spricht. Also auch hier haben wir zwei Landesbezüge für ein und dieselbe Stadt. Damit nicht genug. Am südlichen Oberrhein, im Breisgau, der Ortenau sowie auf der Bar und im südlichen Schwarzwald bis zum Hochrhein formierten die Zeringer im frühen 12. Jahrhundert ihre eigene Herzogsherrschaft. Hierdurch verkleinerte sich naturgemäß der Kompetenzbereich der staufischen Schwabenherzöge und damit ging einher, dass die Bezeichnung Schwaben, Schwäbisch nun am staufischen Gebiet zu haften begann. Etwas vergleichbar mit der viel späteren Gleichsetzung von Württembergisch und Schwäbisch. Ja, es konnte sogar ein in Nicht-Schwaben, sondern in Franken gelegener Ort im Stauferbesitz, wie Schwäbisch Gmünd, Halla in Suevia heißen. Also eine politische, staufische Erweiterung jetzt von Schwaben nach Norden. Zeugnisse aus dem zeringischen Machtbereich wiederum illustrieren die neue Geografie. In einer Papsturkunde für das Kloster Gengenbach in der Ortenau von 1139 werden diese Besitzungen in der Ortenau, im Breisgau, im Elsass und in Suevia aufgezählt. Länder am Oberrhein und Schwaben erscheinen hier nebeneinander. Und in der Urkunde eines Bürgers von Zürich von 1145, den zeringischen Herrschaftsbereich betraf, Zürich war ja unter zeringischer Herrschaft und Herzog Konrad von Zeringen nennt, ist von der Allermannia und der Burgundia die Rede. Allermannia hieß damals der Raum südlich des Rheins, zwischen dem Flüsschen Glatt, das an Zürich vorbeifloss, und dem Bodensee, während sich westlich vor der Glatt die in der Zeringer Zeit erweiterte Provincia Burgund erstreckte. Die staufisch besetzte Bezeichnung, Suevia, wurde hier nicht verwandt. Daneben gibt es aber immer wieder auch Beispiele aus dem 12. Jahrhundert dafür, dass der althergebrachte Name Allermannia noch das Gesamtgebiet des Herzogtums, des früheren Herzogtums Schwaben bezeichnete. Man sieht, es ist eine ganz merkwürdige Konkurrenz und eine merkwürdige Turbulenz der Namengebung in den Quellen, in den Zeugnissen des 12. Jahrhunderts zu beobachten. Damit Sie einen kleinen Eindruck jetzt auch von der Geografie bekommen, hier sind die Herrschaftsräume der Zeringer um 1200 kartiert. Und Sie sehen hier Zürich, also dieser Raum zwischen Zürich und dem Bodensee, den haben wir uns hier als Allermannia vorzustellen. Und westlich davon ist dann Burgund, das eigentlich in diesem Raum verwurzelt ist, in Zeringer Zeit ist an diese Grenze ausgedehnt worden. Und eine zweite Karte zeigt Ihnen jetzt in schöner farblicher Kontrastierung die Herrschaftsgebiete der Staufer in gelb und der Zeringer in blau und hier noch der Welfen in rot. Die Welfischen Gebiete sind dann um 1190 in staufischen Besitz übergegangen. Aber das Gegenüber von Stauferland, von Schwaben im engeren Sinne und den Gebieten, die im Elsass ja, wie man weiß, auch ihre wichtige Positionen hatten und dem Zeringer Land, dem blau gefärbten hier, also ein ganz beträchtlicher Teil des alten Herzogtumsschwaben, der hier aus dem Herzogtumsschwaben ausgegliedert erscheint. Als wären die Namensfragen nicht kompliziert genug. Ab dem 12. Jahrhundert, in dem wir uns gerade bewegen, kommt noch weiteres ins Spiel. Denn nun erhielt Alemannia zusätzlich noch die Bedeutung von Deutschland, wie sie in romanischen Ländern bereits seit dem 11. Jahrhundert vorkam und dort bekanntlich bis heute üblich ist. Bevor ich darauf eingehe, will ich Ihnen doch nur noch zur staufischen Glanzzeit des späten 12. Jahrhunderts dieses Bild zeigen von Friedrich Barbarossa, Kaiser Friedrich Barbarossa und seinen beiden Söhnen, König Heinrich VI. zu seiner rechten, zu seiner besseren Seite und der minderrangige Herzog von Schwaben, Friedrich V. mit einem Herzogshut und diese wunderbare Miniatur gehört zu der Historia Velforum, dem großen Geschichtswerk aus der welfischen und über die welfische Geschichte aus dem späten 12. Jahrhundert. Nun aber zu dem Thema, das ich eben angeschnitten habe, zu der Erweiterung von Alemannia zu Deutschland. Sie sehen hier Otto von Freising, der uns schon mehrfach begegnet ist, der Geschichtsschreiber. Er war Zisterzienser und ist hier in dem Gewand eines Zisterziensers in dem österreichischen Nahe Wien gelegenen Zisterzienser-Kloster Heiligenkreuz in einer Glasmalerei recht zeitgenössisch wiedergegeben und soll uns hier Begleiter sein für die nächsten Sätze. Alemannia also, wie ich sagte, nun auch die Bedeutung von Deutschland. Über diesen neuen, nun auch hierzulande um sich greifenden, sprachgebrauch äußerte sich um 1150 Otto von Freising, von dem bereits die Rede war. In seinem Bericht zur Abtretung Zürichs an den Zeringer Berthold II. rühmt der mit den Staufern verwandte Geschichtsschreiber die Bedeutung dieser nun dem staufischen Schwabenherzog ja leider vorenthaltenen Stadt und beschreibt ihre Lage an einem See, aus welchem der Lemanus fluvius austritt. Damit ist natürlich die Limmat gemeint, die aus dem Zürichsee austritt. Aber Otto assoziierte hier irrigerweise den Lemanus lakus, wie der Genfer See damals hieß. Nach ihm, nach Lemanus lakus, trage, und das ist gleich ein zweiter Fehler, jene ganze Provinz betont Tota Provincia Alemania ihren Namen, womit der Chronist und eben das Gesamtgebiet Schwabens anspricht, nicht nur dessen staufisch beherrschten Anteil. Dazu erläutert er, manche meinten ganz Deutschland, Tota Teutonica Terra heiße Alemania und pflegten alle Deutschen, die Teutonici Alemannen zu nennen, während doch nur jene Provinz, nämlich die Suevia, wie Otto jetzt sagt, nach dem Lemanus-Fluss Alemania heiße und nur deren Bewohner zu Recht Alemanni genannt würden. Wir beobachten hier, auch hier den irritierenden Wechsel von Alemania und Suevia. Nun, viertens, Zeugnisse zu Schwaben und Alemannia im Spätmittelalter. Das Plädoyer Ottos von Freising zeitigte keine Wirkung. Die Zukunft gehörte zunächst dem, wie wir sahen, einheimischen Namen Suevia Schwaben als Bezeichnung für Land und Leute und Alemannia wurde im lateinischen Schrifttum erst einmal zum Synonym für Teutonia oder Germania, also für Deutschland. Der Kölner Kanoniker Alexander von Roos sprach im 13. Jahrhundert von Germania it est tota Alemania, vom Regnum Alemannia oder einmal auch in einem Atemzug von Teutonici et Alemanni. Die Bettelorden nannten ihre deutschsprachigen Provinzen Alemannia. Doch im 14. Jahrhundert verlor sich die Bedeutung von Alemannia für die deutschen Länder wieder zugunsten von Germania, was dann maßgeblich geworden ist. In der gelehrten Literatur im spätmittelalterlichen Deutschland, etwa einem lateinisch-deutschen Wörterbuch aus dem frühen 15. Jahrhundert, begegnen nur noch Schwaben und Deutsche keine Alemanni auf der lateinischen Seite. Doch gab es um 1500 auch wieder eine Wiederentdeckung der Alemannen, zumindest der Alemannia im Sinne von Schwaben. Der Reichenauer Reichs, die Reichenauer Reichskronik, wohl aus der Feder von Gallusöhem, erkannte, Alemannia, das ist Schwaben. In diesem bunten und sie vielleicht sicher auch etwas verwirrenden Spektrum verdient nun noch ein Beleg besondere Aufmerksamkeit. Der aus Zürich stammende Ulmer Bettelmönch Felix Fabri verfasste 1488-97 eine Deskriptio Teutoniae, Sueviae et Civitatis Ulmensis. Alemannia, so führt er aus, bedeutet zum einen das ganze Land, zum anderen nur einen Teil desselben. So meine Alemannia dann nur den Schwarzwald und Breisgau. Ein interessanter Vorläufer zu dem, wie in diesem Gebiet Alemannen und Alemannentum dann seit dem 19. Jahrhundert verortet wurden. Franz Ludwig Baumann, den ich eingangs erwähnte, sprach damals von den Rhein-Alemannen, westlich der Wasserscheide des Schwarzwalds, die ihr Schwabentum vergessen hätten. Auch im späteren Mittelalter grenzten die Bewohner entlang des Oberrheins ihr Gebiet, wie wir das schon für das frühe 12. Jahrhundert am Kloster Gengenbach beobachtet haben, von Schwaben ab. Hier ein Beleg aus der Region selbst. 1379 verpflichteten sich die Städte Freiburg und Villingen zum Unterhalt der neuen Straße von Swaben gen Briskow, genauer von Villingen durch das Urach und Wagensteigtal nach Freiburg. Dies sollte, so hielten die Räte beider Städte fest, um des Nutzens und der Notdurft der Lande, Swaben und Briskow geschehen. Lande, Swaben und Briskow stolz nebeneinander gestellt. Auch die Habsburger differenzierten ihre mitunter als Schwaben und Elsass zusammengefassten Oberen Lande mit Schwaben, Elsass, Breisgau oder mit Elsass, Sundgau, Breisgau auf dem Schwarzwald, zu Burgau, im Hegau und zu Schwaben. Zuletzt der Ausblick in die Neuzeit. Wir sehen hier die Karte des Schwäbischen Reichskreises von 1572 als Hintergrund jetzt zu dem, was uns noch in den letzten Minuten beschäftigen soll. Wenn wir nun noch kurz in die frühe Neuzeit schauen, so bietet sich weiterhin ein facettenreiches Bild von Schwaben, das variierte je nach der Ebene der Sprecher, ob Königtum, Fürsten, Adel oder Städte, wie Klaus Graf oder Dieter Mertens herausgearbeitet haben. In administrativer Hinsicht gab es den Zirkelschlag des von Kaiser Maximilian geschaffenen Schwäbischen Reichskreises, wie Sie ihn auf der Karte vor sich sehen, der indes auch Territorien und Räume umfasste, deren Bewohner sich nie als Schwaben verstanden haben, etwa die badischen Markgrafschaften. Der aus Ravensburg stammende Chronist Ladislaus Sundheim, der zum Umfeld Maximilians gehörte, brachte dies seinerseits auf den Punkt. Die Preisgauer, die Schwarzwälder, Mortenauer und Thurgauer sind alle Schwaben und wollen doch nicht Schwaben sein. Solche Inkonkurrenzen und Randunschärfen prägten den Diskurs über Schwaben dann im Zedlerschen Universallexikon von 1743, der ersten deutschen großen Enzyklopädie überhaupt. Hier erscheint Schwaben als eine große Provinz in Deutschland, welche gegen Osten an Bayern, gegen Süden an Tirol und an die Schweiz, gegen Westen an das Elsass und gegen Norden an die Unterpfalz und Franken grenzt. Im 19. Jahrhundert, von dem wir ausgegangen sind, feierte dann nicht nur das alemannische Selbstverständnis, der rein Alemannen fröhliche Urständ, sondern auch der dazu entdeckte Raumname. Anton Birlinger veröffentlichte 1890 das Buch Rechtsrheinisches Alemannen, Alemannen. Der in Wurmlingen bei Rottenburg gebürtige katholische Theologe und Germanist gab der von ihm begründeten bis 1917 bestehenden volkskundlichen Zeitschrift den Namen Alemannia. Diesen regionalen Namen tragen bis heute oberrheinische Sportvereine und Burschenschaften, während der im Jahr 1900 gegründete Aachener Fußballverein sich die Bezeichnung Alemannia zur Betonung des Deutschturms am westlichen Rand des Reiches zulegte. So lassen sich auch heute noch Beispiele für die im Hochmittelalter gebräuchliche Doppelbedeutung von Alemannia im Sinne von Schwaben, Alemannien und Deutschland wiederfinden. Schwaben und Alemannen zu den Anfängen und frühen Zeugnissen eines Volkes. Seine merkwürdige Doppelnamigkeit bot uns Anlass, deren Genese frühmittelalterliche Deutungen und weitere Entwicklungen näher in den Blick zu nehmen. Die vermutlich im 5. Jahrhundert zu einem Volk verschmolzenen Alemanni und Suebi traten nach ihrer Niederlage gegen die Franken unter dem Merovinger König Clodwig um 500 unter deren Oberhoheit ins allerdings zunächst nur schwache Licht der Geschichte. Immerhin wurde dann aus Zeugnissen des 8. und 9. Jahrhunderts insbesondere im Reichenauer Gelehrten Waller Fritz Trabo deutlich, dass Schwaben die Selbstbezeichnung und Alemannen die Fremdbezeichnung dieses Volkes war. Die Umbenennung seines Landes von Suevia in Alemannia um die Mitte des 8. Jahrhunderts hing offenbar mit der erneuten Unterwerfung des Volkes unter die Franken, diesmal unter Karolinger zusammen und wurde maßgeblich für die offiziell politische Sprache der Zeit. Vor diesem Hintergrund war es spannend zu beobachten, dass in nach karolingischer Zeit, also im 10. und 11. Jahrhundert genau auf der Ebene dieser politischen Sprache, ablesbar am Titel des Herzogs und am Namen des Herzogtums Schwaben, die Eigenbezeichnung des Volks dominant wurde. Die Doppelbesetzung des Herzogtums im späten 11. Jahrhundert hatte zur Folge, dass im 12. Jahrhundert die Staufer den Ducatus Suivie und die Zeringer westliche Gebiete der alten Alemannia innehatten, die nicht mit dem nun staufisch besetzten Schwabennamen bezeichnet wurden. Einmal gibt es auch die Bezeichnung Ducatus Zaringie für dieses Gebiet zusammengefasst. Um diese Zeit bekam, um die Dinge noch verwirrender zu machen, auch für einen Zeitgenossen wie Otto von Freising, Alemannia die Bedeutung von Deutschland, wie sie zunächst als Fremdbezeichnung bei den romanischen Völkern üblich war. Eine merkwürdige Dublette zur Namenssituation der Karolinger Zeit. Doch die Zukunft gehörte dem einheimischen Namen Schwaben für Land und Leute indes auch wieder nicht für alle. Die Bewohner des alten Zaringischen Sondergebiets innerhalb der alten Alemannia entlang des Oberrheins offiziell administrativ zu Schwaben gerechnet bezeichneten sich selbst und ihr Land nach kleinräumigen Einheiten wie dem Preisgau bevor sie im 19. Jahrhundert den Alemannen Namen für sich beanspruchten gegenüber den württembergischen Schwaben obwohl es sich historisch betrachtet um zwei Seiten einer Medaille handelt. Vielen Dank. Herzlichen Dank Herr Zotz für diesen vielschichtigen Einblick in ein doch sehr differenziertes Verhältnis der beiden Namen Schwaben und Alemannen für ein und dasselbe Volk ursprünglich in der Entwicklung über nahezu ein Jahrtausend oder wenn man die römischen Quellen noch einbezieht über ein Jahrtausend hinweg. Ich möchte verehrtes Publikum mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich habe schon angekündigt es ist heute die letzte die 31. und letzte Veranstaltung in dieser Online-Reihe kulturelle Seelsorge in Corona Zeiten die wir jetzt seit November über sieben Monate hinweg mit wöchentlichen Veranstaltungen angeboten haben ein klein wenig Statistik zum Abschied es waren insgesamt 17 Vorträge vier Gesprächsrunden vier Lesungen drei Konzerte drei Meditationen und eine virtuelle Stadtführung als Experiment ich kann Ihnen mitteilen dass die Filmaufzeichnungen auf den YouTube-Kanälen des Landkreises Sigmaringen des Bildungszentrums Gorheim der Evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen und der Gesellschaft Oberschwaben mindestens noch bis Jahresende verbleiben und mithin auch die einzelnen Beiträge auch im Nachhinein noch aufgerufen und angeschaut werden können Ich möchte allen die zu dieser Online Vortragsreihe beigetragen haben sie ermöglicht haben sie unterstützt haben ganz herzlich danken Es war ich möchte es nochmal wiederholen als Einladung gedacht Kultur als geistiges Lebensmittel zur Stärkung und Orientierung in krisenhaften Umständen zu erfahren und zu nutzen Veranstalter waren das Kulturforum des Landkreises Sigmaringen im Zusammenwirken mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden von Sigmaringen dem Bildungszentrum Gorheim und bei einer ganzen Reihe von Veranstaltungen auch mit der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur Danken möchte ich in erster Linie den beteiligten Referenten Autoren Musikern Theologen und allen weiteren Mitstreitern die sich inhaltlich und organisatorisch in die Reihe eingebracht haben herzlich danken möchte ich der Stadt Mengen und ihrem Bürgermeister Stefan Bubeck die uns kostenfrei das Filmstudio im Rathaus überlassen haben sowie unserem Techniker Dominik Schauer von der Firma WS IT Service Sigmaringen für die EDV Technische Begleitung und Unterstützung mittlerweile über sieben Monate hinweg Danken möchte ich sehr den beiden Sparkassen im Landkreis der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen und der Sparkasse Pfullendorf Messkirch für die finanzielle Förderung unserer Reihe und nicht zuletzt möchte ich auch Ihnen danken verehrtes Publikum für die treue Begleitung unserer Reihe auch ihre Rückmeldungen ihr Lob und ihre Ermunterung es hat den Akteuren und Organisatoren gut getan dass jede Sendung von jeweils mindestens zwei bis 300 Zuschauern verfolgt worden ist häufig waren es 500 und mehr Interessenten einzelne Spitzenangebote wie die Lesung aus der Lebensgeschichte der Sigmaringer Fürstin Amalie Severine oder der Vortrag von Wulf Wager zur Zukunft der Phasnet erreichten sogar mehr als 1000 Zugriffe von wie es heute im Neudenglisch heißt sogenannten Followern möchte zum Schluss nicht versäumen darauf hinzuweisen dass es für das Publikum ein kostenfreies Angebot war das wir über das Internet bereitgestellt haben wir haben ich habe schon erwähnt von unseren Sparkassen im Landkreis eine Unterstützung erfahren sind aber mit den Honoraren und vor allen Dingen auch den technischen Herausforderungen und ja einfach der technischen Betreuung dann doch auch auf Kosten verblieben die das Kreiskultur Forum und seine Partner bisher einfach selber tragen mussten ich würde mich freuen verehrtes Publikum wenn sie ja einfach über eine Spende vielleicht uns im Nachhinein bei der Finanzierung dieser Online Reihe ein wenig unterstützen könnten wir blenden die Bank die Kontonummer ein und würden uns freuen wenn sie uns da einfach einen kleinen Obolus einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten könnten zum Abschluss freue ich mich jetzt aber sehr wenn wir ihnen unserem verehrten Publikum ab Juli wieder bei Präsenz Veranstaltungen begegnen können auf die ich sie auch weiterhin über Rund E-Mails treuen Begleiter unserer Reihe kennen das schon mit den wöchentlichen Hinweisen auf die jeweils nächste Veranstaltung auch das soll es weitergeben bei den Präsenz Veranstaltungen weiter wollen wir natürlich zu unseren Angeboten einladen über die Lokalpresse und dann auch wieder verstärkt über postalische Versendungen von Einladungen und Flyern jetzt danke ich allen noch mal vor allem auch Ihnen verehrtes Publikum für die Begleitung bei einem gemeinsamen Experiment der kulturellen oder der virtuellen Kulturvermittlung auf Wiedersehen bleiben Sie gesund und zuversichtlich ade